Was geht ab Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Alienation. Das hier sieht jetzt irgendwie aus wie eine Hammermission. Schauen wir mal. Kampfschiff. Das Xenos Kampfschiff, das sich Baron nähert, ist jetzt wehrlos gegen seinen Überraschungsangriff über das eroberte Portal. UNX Techniker haben ein Virus entwickelt, das wenn es ins richtige Terminal eingespeist wird, das Kühlsystem des Funktions-Triebwerks lahmlegen und das Schiff schmelzen lassen sollte. Es wird Zeit, dass die Xenos sich in Orbit nicht mehr Stiche fühlen. Ich muss hier wirklich, glaube ich, mal meinen Fernsehen ein bisschen bei der Vorziehung oder sowas. Ich kann da kaum was sehen. Ja, von Anfang mal da an. Erkunden sie und zerstören sie das Xenos-Kampfschiff. Bom-bom-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam Drrrrrr, drrrrrrrr Drrrrrr, drrrrrr Woo! Au! Ah, shit! Na, da ist er ja. Sooo... Bäm! Bäm! Zack! Weg mit euch! Wuh! Was kommt denn da? So, jetzt muss ich die Echse ein bisschen aufpassen, glaube ich. Oh! Sooo... Da ist doch schon mal was. Ui! Hä? Ach, shit! Wuh! 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 Nein, ich bin gestorben! Weg mit euch! Dankeschön! Wow! Soviel zum Thema aufpassen! Da kann ich auf einmal eine Menge heraus! Da kann ich hier aus. Oh! Na, da kann ich hier sein! Oh! noch mal noch mal drr 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 dr 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 läuft hier dr 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 Ich kann schon stirb. Komm her, buddy. Fick dich Donner, leck mich doch am Sack. Du Arschloch kannst du gar nix, du bist nur Gottes Kack. Wir sind halt Donnerwadis. So. Brrr. Uh. Er kommt her, er kommt her, er kommt her. Zack. Zack. Oh. Er kommt her, oder? Zack. Tschung. 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 Woah. Woah. Tschung. irgendwas ist hier vor wo wo oh sniper schütze Oh, das ist gut. gut die war dieses film schau mal dass es ja noch recht entspannen Wooh! Bam, bam! Woah, woah! So... Wooh! Hm, so geht es natürlich auch. Baum! Nein, die Waffe wird schon echt rein, diese Schrofflende. Das ist schon total. Wenn ich nur eine bessere Range hätte. Na na gut, das ist keine Schrofflende. So, dann gehen wir da runter. Und machen, hacken das zweite Ding. Oh shit, das ist ein Sniper-Bastard. Nooo! Nooo! Mann! Zack, zack! So, dann haben wir jetzt noch eins. Hm, ist da oben. Ich weiß nur, was ist denn da rechts unten. Jetzt bin ich doch irgendwie alles. Mann! Hm. Zumittetre. Sehr schön hier. ÄERrens! Noch nicht Hip- MC G screwdriver. whatnot Ses ta üb... quency Tief Ohhhh Und wiederbeleben Das ist cool, ich muss einfach so weit abhauen wie möglich Easy Easy Stirb doch hinten. Wee, wee. Das ist doch gar nix, du bist nur für das, guck. Toll, wie sinnlos, da ist ja gar nix. Wir sehen schon mal, was da unten geht. Das ist doch gar nix. Das ist doch gar nix. Das ist doch gar nix. Jungs, guck uns an, das sind Sätzen, meine Fresse. Wir müssen hier runter. Pfeil weist die Richtung. Die Dinger sind nervig, die sich teleporten können. Das ist doch gar nix. 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 Over here. Come here, bam bam bam. So, und jetzt? What? Ich muss es ja nicht mal sehen. Toll. Toll. Oh Quatsch, jetzt sind ja alle wieder da. Ui. Ich muss es ja nicht mal sehen. Ich muss es ja nicht mal sehen. Ich muss es ja nicht mal sehen. Oh. Bam 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 bam. Ich muss es ja nicht mal sehen. Ich muss es ja nicht mal sehen. Oh. Okay, jetzt wird es gerade echt anstrengend ein bisschen. Aber so richtig schön spaßig anstrengend. Ich muss es ja nicht mal sehen. Ich muss es ja nicht mal sehen. Ich muss es ja nicht mal sehen. Oh. Okay. Oh. Ich muss es ja nicht mal sehen. Ah. Ah, ich glaub das wars! ja es ist auch meine fähigkeiten gefühl zu wenig ein artillerieschlag und tarnung und so was aber wir haben die mission geschafft das ist die hauptsache das dringliche junex hq übertragung betrefft alien kampfschrift zerstört von major sandra evans bedeutende sieg glückwunsch captain das ist der erste bedeutende sieg der menschheit gegen die xenos seit jahrzehnten und das haben wir ihnen zu verdanken sie haben geschichte geschrieben wirkung die beutequalität wird verbessert gegnissen schwieriger und es gibt dafür mehr xp so schon so eingesammelt die aus maus der neue mp weg das war ja so missionsfarbe ruby sekundärwaffe sammeln da nur im weil wir hier schwere waffe mir egal aus was denn und schüssere kinder so fähigkeiten können nichts neues ressourcen machen doch ein bisschen stärker mehr so aber es war wohl immer nur nichts die letzte folge zuerst funktion 29 gut ich hoffe wir diese folge hat Spaß gemacht war wirklich anstrengend aber wirklich spaßig und ich hoffe wir sehen uns auch bei der nächsten folge wieder wenn es wieder heißt let's play alien nation bis dahin wünsche ich viel spaß und haut rein ciao so Vielen Dank.